Hallo und Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Superbomberman R mit Barry und Zellos Q. Arrrr, hallo. Arrrr, hallo liebe Leute, arrrrr. So, heute geht es wieder um neue Charaktere. Langsam wüssten wir sie alle haben, so die Regulierung. Ah, Quatsch. Nein, überhaupt nicht. Ne? Zumindest alle, die das reingespielt haben. Und auch diese Map, ach du Scheiße. Oh yeah. Ist es nicht die mit den blauen Bomben? Mit den springenden? Ich glaube ja. Ja, das ist die, oder? Ich habe übrigens keine Ahnung, was ich bin. Ich sehe aus wie ein Flugzeug. Ich weiß nicht, was ich bin, aber ich bin ein freigeschalteter Charakter. Du bist ein Mädchen. Du bist ein Mädchen, ja. Weil du ein Mädchen. Oh, geil. Die sieht echt knuffig aus. Ich glaube, die hole ich mir als nächstes. Oh fuck, fuck, fuck. Ja gut, ich heiße auch Phantom Bomber, also von dem her ist es okay. Ja, ich soll ja auch tot sein. So ist es. Schlüpfrige kleine Rekos hier. Der schlüpfrige Rekos. Der schlüpfrige Rekos. Wum kriege ich gar nicht hier. Der ist ja auch. Rekos Schlüpfus. Rekos Schlüpfus? Ja. Sag ich nicht Rekos Schlüpfus. Ich muss natürlich aufpassen, wo man hier reinläuft. Nein, ich bin dumm. Oh ja, du bist trotzdem dumm. Meinz, 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 meinz. Ah, warum geht das? Warum ist das da ausgerechnet dort? Mann. Axt. Breche Axt. Alter, was hast du vor? Geh weg. Nein, 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 nein. Ich habe Angst. Ich bin ein armes Fantümchen. Ich will doch nicht gar nichts. Ich denke, der ist ja los, der kommt da nicht mehr raus. Nur wenn ich die große Klappe habe, versage ich hinterher. Immer. Ja, das stimmt. Nein, das ist los. Nein! Oh, da war es. Das wäre ein Lärmier. Versager. Kann nicht sein, dass er los wieder gehen hat. Der hat gar nicht gewonnen, oder? Immer. Verdammt. Wenn man viele Bomben spammt, stirbt man. Oh Gott. Vielleicht sollte man die nicht verlassen. Yeah. Aber irgendwann müssen wir sterben. Ist schon in Ordnung. Das fällt wieder weg. Aber die anderen könnten sterben. Ne, finde ich nicht. Oh. Mal eh anschauen, was alles... Und es gibt auch irgendwelche J-Pop-Mädels, die da als Bomberman-Charakter dargestellt sind. Also, ja, weil Japan mag ja sein J-Pop und so. Hätte man nicht vermutet. Aber ja, ist so. Ja, weil man muckelt. Man muckelt und ja. Ach, das ist alles nur Gerüchte. Ja, ist das. Wirklichkeit, deutsche Volksmusik. Ah, oh. Die hören Schlager. Okay, cool. Ah, ich habe Angst. Weg. Wird gar nicht sehen. Ja. Hä? Ich habe es nicht verstanden, aber herzlichen Glückwunsch. Danke. Ach, jetzt habe ich mir nicht so... Das ist ein Gradius-Ding da, Rikos, oder? Ein Gradius? Ja, du bist so ein Weltraum-Shooter von... Ich fand irgendwas mit Viper-Shooter. Ganz... Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Doch, das ist so ein Gradius-Raumschiff, was du, glaube ich, sein sollst. So ein Weltraum-Shooter von früher. Nennen wir es einfach mal ein Gradius-Bomber oder so. Ja. Ja. Nennen wir es mal von so. Ich bin der Phantom-Bomber. Der Phantom-I-Ass unter den Bomber-Man. Hm. 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 Phantom-I-Ass, hm. Okay. Ich bin auch glücklich tötig. Ihr kleinen Schwein. Ach, nö. Warum bin ich klein gesperrt? Oh, nö, 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 nö. Das war eine sehr gute Kooperation. Ja, das ist unfair. Wollen wir ihn weiter töten? Ja. Ich bin schon tot. Geht nicht mehr. Hier. Alter, ihr Schalunken. Ah. Kleinen, dreckigen Schwein. Alles aber auch mit meiner Steuerung. Haha, Steuerung hinkt. Sehr gut. Töte dich. Boah. Also, Rikos, du könntest auch mal stillhalten, damit ich in Ruhe wer wegbomben kann. Aber davon halte ich nicht viel. So. Ich wäre auf der Map gewinnt zu töten, als auf den anderen Maps, finde ich. Ja, irgendwie schon. Fuck. Oh, es geht. Alter. Gewinnt ja schon wieder. Alle auf Rikos. Alle auf Rikos. Alle auf Rikos. Das ist durchaus fair von dir. Ja. Aber ich habe so einen Überlebenstrieb, das wird vielleicht nicht funktionieren. Doch. Wieso hat er einen Überlebenstrieb? Warum haben wir sowas nicht mehr? Er ist ein Raumschiff. Da können wir nichts gegen machen. Ja, das stimmt. Das ist ein komisches japanisches Mädchen und er ist ein Raumschiff. Und ich bin Phantomias oder Duckwing Duck oder was auch immer ich darstellen soll. Ich bin Duckwing Duck. Aber jetzt bin ich Duckwing Duck. Ach, ich bin dumm. Und er ist dumm. Ja, das sind alle auf Rikos. Ich habe mich daran gehalten. Ja, das ist gut gemacht. Sehr gut gemacht. Sehr fairer Spieler, dieser Rikos. Man munkelt, er ist fair. Ja. Oder einfach unfähig. Aber er könnte auch fair sein. Ja, das ist das andere was man so munkelt. Dann wäre ich dir drum und macht nichts. Ne, wir sind ganz gespannt was du machst. Guck, ich habe komische ausgepackt. Ja, ich packe eine Schlange. Alter, das ist eine Schlange. Ich habe eine Schlange, Junge. Ja, Junge. Ich weiß ja gar nicht was auf dich zukommt, Junge. Ah, nein. Oh, fuck. Oh, das gibt es noch nicht. Oh, da komme ich nicht raus, da komme ich nicht raus. Da komme ich nicht raus. Alex noch einsammeln. Nein. Oh. Ah. Ih. Nein, scheiße. Oh, fuck. Alter, du Ninja. Hier wisch ich noch. Hier wisch ich noch. Hier wisch ich noch. Diesen Rikos. Diesen schlüpfige kleinen Rikos. Und der bewegt sich immer zur Mitte, wo ich ihn nicht so gut erwischen kann. Ja? Frecher Kerl, dieser Rikos. Alter. Oh, der hat nicht... Er hat zu wenig Radius wahrscheinlich. Gladius? Er hat zu wenig Radius im Radius. Ja, genau. Ich bin zu fett. Du bist so fett, Junge. Das hast du jetzt aber gesagt. Ja. Jetzt ist das Mädchen fett. Nein. Da, ich habe dich in deinem Weg gestoppt. Du Unhold. Ich habe gar keinen Weg. Yes. Sehr gut. Absolut. Alter, das war verdammt. Du warst zu doof. Hallo Rikos. Zu doof. Hallo Rikos. Alle für Rikos. Alle für Rikos. Du trinkst für alle. Darauf erst mal einen trinken. Ja. Schon. Drücken wir auf Rikos. Bleibt spannend. Ihr könnt doch aufholen. Ihr kleinen Lump. Ich muss mir gleich zeigen, wie lumpig ich bin. Das weiß ich schon. Der lumpige Lump. Hey, geh du weg. Oh, vielleicht geh ich mal weg hier. War doch nett. Ja komm. Trau dich. Was ist denn da? Ich habe keine Angst vor dir. Ich bin eh schon tot. Du hast Angst. Nee, ich habe überhaupt keine Angst. Du bist schon tot. Mit Angst. Ich bin schon tot. Ich habe erst ein Raumschiff. Ich habe erst ein Raumschiff. Das stimmt schon irgendwie, ja. Aber dafür bin ich schon tot. Ich bin wie Reaper, nur noch edgy. Wenn wir uns vereinigen, dann sind wir wieder ein Todesraumschiff auf. Hast du gesehen? Todesraumschiff. Todesraumschiff. Hast dich selbst umgebracht. Angst. Boing. Boing. Und dann auch noch diese Feuerradius. Ah nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Jetzt stimmt doch. Geh weg. Hier Halunken. Oh Gott, ich habe Angst. Das war so schön. Oh, ich bin gut. Ich bin... Oh Gott. Ich habe meinen Upgrade nicht mehr. Rückt mir gar nichts. Ja, mach mir ein paar Upgrades frei, Rikos. Mach ich gerne. Sehr gut. Guter Mann. Hä? Oh nein, ich bin dumm. Nein, ich bin dumm. Scheiße. Das war sein eigener, ja. Oh, Barry, oh. Oh. Alle auf Rikos und Celos. Alle auf Rikos und... 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 Außer Barry. Ach, das war dumm. Das hätte ich gewinnen müssen. Oh, ja, 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 ja. Das war deine Chance, ja. Oh, ich habe einen Handschuh. Oh fuck. Oh, alle auf Celos. Oh, wie mies, ey. Ja. War leicht mies, ja. Wie immer halt. Celos. Ich bin halt Assi, ja. Typischer Celos, ja. Akzeptier's doch mal. Ich bin doch Assi. Nein, nein, nein. Das schießt mir die ganzen Upgrades kaputt. Nein, das darfst du nicht machen. Geh weg. Doch, ich mach's. Hallo? Nein, das darfst du nicht. Wieso machst du... Boah. Hat das nicht gestimmt. Hast du schon gedacht, du machst hier... Guck mal hier, mein Tentakelschild. Ich hab ne Schlange in der Hose, Junge. Ich hab ne Schlange im Spiel. Ich hab ne Schlange im Spiel. Ich hab ne Schlange im Spiel. Oh Gott. Ich hab ne Schlange im Spiel. Blöde Zeit. Ja, geh weg. Ach. Nein, geh weg. Wir sterben. Ja. Nein. Nein. Dachte ich komm wieder ins Spiel. Was hast du getan? Muhahaha. Du hattest alles unter Kontrolle. Alles klar. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Gut, ich denke das reicht trotzdem. Achso? Ja, denkst du? Okay, ja gut. Oder wir warten noch 1 bis 1. Warum noch 1 bis 1? Wegen wir? Komm, ich stell nochmal schnell ein. Mach das. 1 bis 1. 1 bis 1. Also wirklich nur... Sponsort bei 1 und 1. Nee, eher nicht. Nee, okay, gut. Du wartest auf die anderen Personen. Spielsätze 1. Wir sind bereit. So, noch 1 Level. Darf ich auch mal ein Mädchen sein? Komm, ich bin ein Mädchen heute. Ich nehme jetzt nochmal den normalen schwarzen, den ich mal genommen habe. Glaub ich schon, dass ich den hatte. Was? Was? Dann bin ich halt nicht der Ausschliessi. Dann bin ich halt der Glückliche. Stimmt. Selos hatte immer den Gelb. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Es war schon ungefähr ein Jahr her fast, aber... Aber das ist noch nicht so lange her, oder? Dreivierteljahr mindestens. Wenn wir den Bomba mit aufgenommen haben. Ist ja interessant. Nicht schlecht. Oh nein, nicht diese eklige Map. Diese wunderbare eklige Map. Ist 1. Okay, alle auf Selos. Alle auf Selos. Selos ist hier ein bisschen in Führung. Bin ich in Führung? Überhaupt nicht. Alles böse Hassrede. Fake News. Fake News? Ja, Fake News. Ich kann was anderes verstanden statt Fake mit F, aber egal. Fuck News. Falco? Kann man sich so gemein verstecken auf dieser Map. Das stimmt. Vor allen Dingen muss man trotzdem gut im Auge behalten, wo man gerade steht, weil man diese Flächen hat hier. Ja, komm 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 komm. Trau dich, lass. Trau du dich doch. Lass uns beide trauen. Wollen wir getraut werden? Oh ja. Durch einen Barry jederzeit. Bin zwar kein Priester, aber ich würd's machen. Ich würd's trotzdem gerne. Boah, Alter, was? Was geht bei dir, Junge? Da geh ich nicht hin. Da geh ich auch nicht hin. Fuck, fuck. Was tust du da? Ich hab mich selbst gemacht. Ich hab mich selbst gemacht. Da hab ich in Rot schon gewinn ich wieder. Keiner hat's gemerkt, aber der Barry ist der wahre. Der einzig wahre. Alright, alright. Der ist so scheiße. Na gut, dann herzlichen Glückwunsch an die beiden Gewinner heute und ich würd's sagen, mein nächstes Glückwunsch. Gibt's noch mehr Bomben Spaß. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Alright. Alright, yeah.